hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von levo city undercover hier auf gaming paradise. ja leute wie ihr sehen könnt befinden wir uns gerade auf der apollo insel da ich wie schon mal angekündigt vor habe mit der im festival square zu beenden und doch nicht mit der apollo insel deswegen sind wir halt jetzt hier. ich habe festgestellt dass in beiden bei den speicherständen die ich habe schon gegenstände eingesammelt habe ich verstehe es nur nicht aber das ist jetzt stand der dinge hier haben wir am wenigsten eingesammelt deswegen habe ich mir gedacht nehmen wir den teil doch um was zu finden und zu suchen warum mache ich das eigentlich ohne das ding hier wird schon gut gehen heute haben wir schon mal das erste markiert ich schätze mal das gebäude so oben typisch ja ok der kann das nicht es knarrt aber das auch nicht aber der kann es und hier kommen wir hoch eigentlich kommen wir da anders hoch aber wir cheaten jetzt einfach und ich habe mal wieder wie so oft ähm hallo mich jetzt eigentlich nur doof was vergessen hier seht ihr auch wir haben dann den speicherstand das war mal mehr dann gucken wir mal was hier ist gut da müssen wir so oder so irgendwann rauf ja das heißt wir machen erstmal das hier schauen wir uns kurz mal hier um ok sie sehen sehen sie nix ja da haben wir die katze ich denke mal die sachen die wir gefunden haben werden dann auch in den parts irgendwo drin gewesen ich denke mal die sachen die wir gefunden haben werden dann auch in den parts irgendwo drin gewesen wahrscheinlich wo wir das erste mal hier waren oder so also verpassen werde ich schon nix keine sorge da das 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 Ok, haben wir das Ding gefunden, wenn wir schon einmal hier oben sind, können wir zum einen gucken, was hier drin ist, ok, sowas gibt es auch, können wir das hier noch betätigen, können wir das hier noch betätigen, zumindest hier haben wir das Alien hier vor uns, irgendwie nicht, glaube ich ja nicht so ganz, was soll denn da sonst drin sein, das ist doch das Alien, verdammte Axt, Ok, Batteriesbrechen, wir gucken, wie weit sie noch kommen, Mag sie nicht wohl? Ich kauf mir einen Smoothie. Hey! Guten Abend! Ich denke mal, dass wir die Parade noch zusammen kriegen, für den Part. Äh, ja. Also irgendwo hier... Guten Abend! Ich weiß nicht, und meine... Wo hab ich's mal hingelegt? Das war's für mich! Oh, hier ein Team ist mal wieder am Start. So entspannend! Das war's für mich! Ich muss ein bisschen aufgeben! Ich muss ein bisschen aufgeben! Ah, meine Güte, da wollte ich doch hin. Wahrscheinlich, weil du so leise bist. Dann wirklich, weil du so leise bist, finde ich. So, weil du so leise bist. Ich weiß nicht, wie es da nicht so schwer ist, aber ich weiß nicht, wie es da nicht so schwer ist. Und was ist das nächste Ding? Das war's für heute. Was ist schon da zu? Ja, das Ende war ein bisschen strange. Es ist einfach sehr wübsch, nur kalt und saft. Okay, ich wollte mich jetzt mitflaxen. Und wo wäre ich hier oben? Können mich jetzt mal... ... erst mal das hier. Aber wenn ich irgendwie nicht verstehe, wo das Problem ist. Ja, okay. Spendern. 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 Okay, das zuckt noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, nehmen wir mal wieder einen etwas ernsthaften Menschen für die Aufgabe hier. Ich muss erstmal hier hochkommen und jetzt direkt auf Chase wechseln. Das wird schon jetzt. Okay, das ist richtig. Das ist der einzige Ziel. Jawohl. Ich habe das einfach nur zu spät. Ich check mir das erste Mal. Okay, hier ist der Kaffel. Das sollte ja auch relativ easy schnell funktionieren. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Okay, doch nicht so schnell wie ich hoffe. Aber das läuft. Bisschen Zeit ist ja noch. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ich muss nur ein Subasta. Da haben wir die Bande. Ich glaube, die machen wir noch und dann ist der Paar doch fast rum. War dort dann doch länger als ich erwartet habe. Okay, die Bande machen wir noch. Habe ich ja gerade gesagt. Ist nur die Frage, wie wir da dran kommen wollen. Ah, ich glaube ich sehe jetzt schon weh. Okay, schade. Das ist ja nicht viel. Das ist ja nicht viel. Okay, schade. Das ist ja nicht viel. Die Bande machen wir. Das ist ja nicht viel. Ja? 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 Ich finde das ist nicht nur so ein bisschen Spaß da. Doch ist es in dem Fall aber. Okay, das bringt mir nicht so viel eigentlich. Hier Wünsche. Die Dinger bringen aus, weil ich weiß was. In meinem guteren wäre. Ja. 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 die dinge die bemalt sind die irgendwas schon ewig hier leute ich meine das bringt das ok dann meine ich das nur ich schaue noch eine sache kurz nach der park wäre jetzt hier eigentlich eine gelände aber so schnell gehe ich dann doch nicht möchte dann schon etwas größer um hier den park beenden ja 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. das klappt gar nicht so dann wenn ich den pfad doch eher und wir sehen uns bei der nächsten folge von 3 leute bis zum nächsten mal jetzt den kanal zu abonnieren die glocke aktivieren zu aktivieren und ein paar deinen like dazu lassen wenn euch gefällt ich bin raus leute und sage jetzt noch